Da ist sie. Die macht sich ganz schön platt. So, jetzt gucken wir mal, wo der Juri ist. Da. Und wir sehen, der Film heißt Juri übersieht die Katze. Du bist hier komplett falsch. Ja, das war gut. Fast jedenfalls. Ja. Wisst ihr, wie schwer Regenwürmer aufzuheben sind? Das ist ein echtes Problem. Das Dumme ist, ne, ich krieg den nicht hoch. Ohne Baum, ach, jetzt hat der Juri die Katze. Und ich hab's verpasst, wegen dem Regenwurm. So, jetzt kommt das Beispiel, wie man's nicht macht. Man braucht keinen Hund rufen. Der so in Rage ist. Der kommt sowieso nicht. Total doof. Aber da sieht man auch, wie gut der Juri sich abrufen lässt. Gar nicht. Das ist ein Kräffer. So, das ist jetzt zwei Minuten später. Komm mal her, Juri. Ja, komm mal her. Fast hat man das Gefühl, der Hund hätte aufgeben wollen. Aber dann geht's doch wieder los. Der hat aber auch einen Elan. Juri. Nein. Juri, nein. 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 Der will die wegjagen. Und das machen die nicht. Also, solange die Katze nicht abhaut, gibt der keine Ruhe. Der Juri ist ein Wegräumer. Die Katze fragt sich, was geht, aber der Juri ist einfach nur ein Kräffer. Aber ich meine, ich bin ja ganz froh. Der ist zumindest nicht aggressiv oder so. Es gibt ja Hunde, die gehen auf die Katzen los und versuchen, die tot zu beißen. So ist er nicht. Er stupst höchstens mal. So nach dem Motto, jetzt bewegt dich aber hier, du. Das Schöne ist ja, dass der Juri zufrieden ist, wenn er die verjagen kann. Mehr muss gar nicht sein. Hauptsache, die haut ab und sieht ein, dass er der Chef ist. Na bitte. Los geht die wilde Jagd. So ungefähr 20 bis 30 Meter. Dann beschließt der Juri, dass es jetzt genug ist und kommt zurück. Ja, ein wilder Jäger ist das. Aber jetzt kann man sich ja in seinem Erfolg sonnen. Ich bin so ein toller Hund. Naja, gut. Wir werden uns dann bei Juris nächstem Unsinn vielleicht wieder hören. Bis dahin. Tschöö.